Lordran! Jo, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 1 Remastered, ich habe mich darauf gefreut, wir spielen die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Groß-Oma von Beauty aus Teil 3. Jo, da sind wir endlich, die letzte Folge war ja nur das Tutorial-Level zum Kennenlernen und jetzt sind wir endlich in Lordran, dem Land, das uns noch viel Kummer besorgen wird. Äh, wir rasten gleich mal und können auch gleich aufsteigen, Aushöhlung umkehren, so ging das. Wir kehren mal um, Menschlichkeit darbieten, wir haben keine Menschlichkeit, die habe ich weggesnackt, oder? Haben wir noch eine Menschlichkeit? Schwupps, da sind wir endlich hübsch. Aufsteigen, jo. So, das ist wieder die Qual der Wahl, wir spielen ja Battler als Charakterklasse, also wir fangen wirklich beim Minimum an, aus dem Grund würde ich fast mal sagen, Vitalität kann nicht schaden. Kondition, Kondition auf 13, Stärke ist, ne, hä, ich weiß es nicht. Wir werden mal, wir werden mal, ne, wir gehen mal auf Vitalität 13 und Kondition, mehr geht nicht. Wobei wir könnten nochmal Seelen stacken. Äh, verlassen, bitteschön, dankeschön, ja, da sind wir nicht ganz so hübsch wie Beauty aus Teil 3, ein bisschen postpackig, aber trotzdem. Gut, Rundumblick ist ja die, äh, Remastered Version, ähm, Teil 1 habe ich etwas dazu erwähnt. Der Zensurbalken ist taktisch günstig gesetzt, ja, muss man sagen. Aber es sieht schon sehr hübsch aus. Ich freue mich drauf, was uns alles erwarten wird, werden wir in den nächsten Folgen sehen. Hey du, junger Mann. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. What? Too late now. Oh, well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. In the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happened. Brilliant, Rund. Not much to go on. But I have a feeling, that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursive land of the undead. Jo, lasst uns die Glocken leuten. Hmm. You, what? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive song. Well, listen carefully, then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You have to climb the stairs up the ruins and access the undead burn through the waterway. The other burn is back down below the undead burn, within the plague-infested Blighttown. But I die again, before I step foot in that cesspool. Und wieder schon einfach so die Anspielungen auf die fürchterlichsten Gebiete in dem Spiel kommen. Richtig geil. What the hell, what is it now? You ask too many questions. Alter, du sitzt da seit Jahrhunderten und rottest vor dich hin und dann kommt ein bildhübsches Wesen und will mit dir reden und du sagst, was, jetzt muss ich wieder reden? Was ist denn? Na dann. Walk, watch me walk away. Okay, so. Äh, ja, das ist der Beweis, warum das Level-Design in Dark Souls 1 so großartig ist. Unser erster Weg wird uns da hochführen. Wir können aber durchaus ohne weiteres, das sollten wir sogar, weil da unten sitzt jemand, mit dem sollten wir plaudern, diesen Weg weiterverfolgen, der uns direkt in eine Gegend bringt, die, ich sag's mal so, wir sind einfach zu schwach. Also es hindert uns niemand daran, da weiter zu gehen, aber, ja, unsere Skills hindern uns. Wir werden das Step by Step, so wie es eigentlich mir leichter fällt, durchspielen. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Ist das Flakon verstärken? Reden. Ja, wir benötigen ihre Seele, damit sie mit uns redet. Das ist die Feuerhüterin. Wird für die nächsten Folgen unsere beste Freundin werden. Und, gut, sehen wir uns hier mal um. Da gibt's was zum Looten. Menschlichkeit, drei Stück. So. Ich muss mal selber kurz die Orientierung zurückgewinnen. Genau, hier können wir hochgehen. Ist jetzt auch nicht ganz leicht. Zu dem Vogel kommen wir später. Viel später. Das ist nichts. Eigentlich wollte ich ja nochmal leveln. Wir wollten die Seelen wegsnacken und dann nochmal leveln, aber egal, wir sehen uns hier mal um. Brandbombe könnten wir ausrüsten. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Gut. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das entwickelt sich zu einer Dreiergeschichte, die richtig tragisch ausgehen kann oder eigentlich für Dark Souls Verhältnisse gut ausgehen kann. Ich, boah. Ich hab's damals beim Neugin Plus richtig gemacht. Man kann da relativ schnell verkacken. und wir versuchen es nochmal. Oder wir sprechen den... Ich weiß es nicht. Wenn wir ihn gar nicht ansprechen, wir reagieren. Ach, egal. Hey du. Hallo. Ich glaube, wir sind nicht verabschiedet. Ich bin Petrus von Thoroland. Hast du mit uns ein Business? Wenn nicht, würde ich eine Distanz halten, wenn möglich. Hm. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hoffe, es fällt mir noch ein. Ey. Der spielt noch eine Rolle. Eine nicht unwichtige Rolle. Und ja. Ich möchte nicht zu sehr spoilern. Ich versuche mal hier alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Und da fängt es ja schon an. Ich weiß ja schon nicht mal, linker oder rechter Aufzug. Einer von beiden macht uns glücklich, der andere nicht so ganz. Wir sehen uns mal weiter um. Pasillen mitnehmen. So. Springen können wir auch noch. Äh. Au. Naja. Könnten wir, wären wir gut. Mir fehlt da aber noch jemand in der Szenerie. Er sagt ja auch, leave us alone. Gut. Sehen wir uns die nächste Abteilung an. Ich konnte mich nicht erinnern, ob wir da abstürzen können. Solltet ihr jemals einen wichtigen Story-Gegenstand aus Versehen droppen, die tauchen dann in dieser Kiste auf. Also die sind nicht weg. Es ist nicht so, wenn ihr dann was Wichtiges wegwerft und darauf kommt, oh shit, ich hätte jetzt diesen Superschlüssel benötigt. Äh. Das ist die Box. Da tauchen diese Gegenstände auf. Finde ich richtig gut gemacht von dem Game. Äh. Wäre auch zu frustrierend, wenn ihr dann tatsächlich plötzlich in einer Sackgasse seid, wo ihr nicht mehr rauskommt. So. Was war da hinten? Da müsste ja glaube ich noch irgendwo ein Händler rumlaufen. Ja. Da ist dann die nächste Möglichkeit. Die wollen wir jetzt auch noch nicht gehen. Einfach. Äh. Ihr seht das ja schon. Blutflecken und Skelette und so. Das heben wir uns auch für später auf. Da kommt ein richtig geiles Gebiet. Das mag ich echt gerne. Ähm. War hier noch etwas. Ich würde nämlich gerne jetzt gleich, da hinten liegt noch was. Ich würde einfach gerne alles mal looten, was hier so rumliegt. Damit wir vielleicht wirklich nochmal ein bisschen leveln können. Also Speedrun wird es keiner. Das macht auch nichts. Wir haben Zeit. Jo. Seelen haben wir jetzt eigentlich schon eine Menge. Puh. Platsch. Und dann würde ich sagen, lang genug im Kreis gelaufen. Dann kümmern wir uns schon mal um das erste Gebiet, soweit wir halt kommen. Das ist das Schöne. Wir können gleich auswählen, wie viel Seelen wir versnacken wollen. Gleich mal alle drei weg damit. Haben wir noch eine Seele? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir können aber, wir rüsten mal die Brandbomben mit aus. Was Besseres haben wir ja im Moment nicht. Ich glaube einmal Level müsste jetzt noch drinnen sein. Nein, ist es nicht. Wir brauchen noch ein paar Seelen. Naja gut. Jo. Unser Weg führt uns in diese Richtung. Mal sehen. Wenn ich mich jetzt so blöd anstelle, wie jetzt in der letzten Folge gegen Ende hin, kann das eine Krise werden. 900. Ja, merken hätte man sich's müssen, wie viel Seelen ich benötige. Ich sollte mich mehr konzentrieren beim Springen, glaube ich. Ey. Oh shit. Wuhu. Das war mehr Glück als Verstand. Ich meine, das wäre auch ein Errichtung. Ey. Der ist Mist. Mit seiner Riesen-Axt. Ja, ich check das mit dem Parry nicht. Das ist aber, das ist tatsächlich eine, eine Übung, die man machen sollte. Aber es geht auch so. Was ist der? Der da oben? Ja. Der wirft noch immer. Egal, wir haben genug Seelen. Ich will jetzt noch einmal leveln. Und dann können wir, ja, dadurch, ja, wir müssen sowieso dann auch mit rasten beim Leveln. Also egal. So, was wollte ich denn? Ein Level haben wir noch. Kondition hochbringen. Die ist wichtig. Stärke geht im Moment noch. Das benötigen wir, glaube ich, nicht. Wir sollten mal Vitalität und Kondition hochbringen. Ich weiß es nicht. So auf 20 wäre cool. Wobei ich dann, wenn eins von beiden auf 15 ist, ich dann mehr Punkte in Beweglichkeit und Stärke. Wir, wir werden sehen. Ich rede schon wieder zu viel belangloses Zeugs. Stürzen wir uns in die Burg, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Ein bisschen mal das Kampfsystem, also an die Geschwindigkeit vom Kampfsystem gewöhnen. Ich kann das mit Parry nicht. Das geht einfach nicht. Dafür geht das mit Backstep umso besser. Backsteps gingen tatsächlich im Einser-Teil leichter als im Dreier. Kurzschwert. Jo! Ich bin ja nicht so der Brüggel-Typ. Ähm. Nee. Das. Hat zwar weniger Angriffswert als die Keule, aber ich finde es halt stylischer. Und es ist schneller. Was ja nicht zu unterschätzen ist. Die Keule ist ja doch etwas... Voll auf die Birne. Ja, da gehen die Angreife einfach viel schneller. Also macht das gar nichts, dass die im Prinzip weniger Schaden anrichtet. Weil ihr halt schneller Schaden anrichten könnt. Fall da runter! Echt jetzt? Jetzt fall da runter. Naja, gut. So. Da war nichts. Es gibt auch noch einen Weg. Da hinten sieht man es ja funkeln. Also von der Stelle nicht. Wir könnten... da unten rüber springen, lang laufen. Da hinten versteckt sich ein Händler. Da kann man dann später, wenn man Bosse besiegt, deren Rüstung kaufen. Ist auch ziemlich geil. Kam da was raus? Nein, kam nichts raus. So. Ah. Ja, genau. Genau. Nice, dass wir jetzt gleich vergiftet sind. Und das ist etwas, das funktioniert in Dark Souls 1 besser als im Dreier. Oder hat immer besser funktioniert. Einfach, wenn ihr an einer Wand steht, dass sie nicht schlagen kann. Macht ja durchaus Sinn. Das Feeling hatte ich im Dreierteil nicht so oft. Also ich hatte den Eindruck... Oh geil, die Rackdoll-Dynamik ist wieder da. Sie bleiben wieder an uns hängern. Wir werden wieder einen ganzen Rattenschwanz vom Gegner mitschleppen. Ja, blöd ist, dass uns die Ratte erwischt hat. Wir werden jetzt den ganzen Estus verpfeifern, weil wir vergiftet sind. Das finde ich etwas kacke, muss ich zugeben. Grünes Moos haben wir nicht. Werden wir das los, wenn wir uns bewegen? So. Ich muss halt immer den Lebensbalken jetzt im Auge behalten. Das ist blöd. Die Ratte hätte uns nicht erwischen dürfen. Weil es kommt halt nicht gut, wenn wir gleich sämtliche Estus-Flakons verpaldern. Das ist echt ein super schlechter Anfang. Naja. Große Seele verlor, eine Untote. Ich befürchte ja fast, wir werden unseren ersten Sie-sind-Gestorben-Screen sehen. Ey, wer wirft denn da schon wieder nach uns? Ihr Penner! Geht man so mit Urlaubern um. Nein! Das kam überraschend. Aber naja, okay. Wenigstens haben wir das mit der Vergiftung überstanden. Jo. Das werden wir noch öfter sehen. Spätestens bei Ornstein und Smog werden wir das zu oft sehen. Und das war's mit der Hübsch. Mit Schönsein und so. Naja, gut. Aber es ist ja, wie gesagt, Dark Souls. Gehört ja dazu. Das Sterben ist vorgaben. Schade, ich wollte ihm backstappen. Dich werden wir backstappen, ha? Komm her. Und vielleicht übe ich mal off. Au! Wieder kein Backstapp. Schade. Ich wollte das so gern hinbekommen. Aber wir können, nachdem wir gestorben sind, wir können mal da hinten looten. Und zwar laufen, 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 springen. Jo. Und dann einfach da lang. Das war das, was ich euch vorhin... Was ich vorhin meinte. Oh, 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 oh. Vorhin meinte. Da sitzt dann später ein Händler. Jetzt haben wir nur den Ring der Opferung. Was kann denn der? Kann ich mich nicht erinnern. Äh. Ring, 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 ring. Auf Feuer. Keine Verluste per Tod. Aber der Ring bricht. Ja, okay. Damit könnt ihr eure Seelen bewahren. Ist ganz praktisch für Bossfights. Ich weiß nicht, ob wir den Sprung zurück wieder schaffen. Wir werden es ausprobieren. Schaffen wir nicht. Was macht der junge Mann jetzt plötzlich da unten? Zack. Die Bösartigkeit siegt. So. Die Rate sollten wir so attackieren im Tunnel. Dann haben wir mehr Chancen, dass sie uns nicht erwischt. Und wir gleich wieder instant bitterbös vergiftet sind. Und genau genau, aber müssen wir sie, glaube ich, gar nicht attackieren. Die lässt uns relativ lange in Ruhe. Außer wir attackieren sie. Egal. Seelen sind Seelen. Und das, was Dark Souls 1 ja so schwer macht, ist tatsächlich, dass die Bonfire sehr weit auseinander sind. Also, beim nächsten Fehler, den ich mache, müssen wir wieder beim letzten Bonfire beginnen. Und das kann schon ein sehr langer weiter Weg sein, im Einzelteil. So, ich muss mich ein bisschen an die Urangester-Waffe gewöhnen. Ähm. Wir machen mal hier sauber. Endlich! My first backstab mit dem Schwert. Wir benötigen unbedingt eine Rüstung. Sie springt mir zu weit. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe Angst, dass ich irgendwie demnächst Kopf über in den Abgrund springe. Was nur eine Frage der Zeit ist, bis das passieren wird. Und im Einser-Teil hat es sich, glaube ich, relativ oft ausgezahlt, die Kisten kaputt zu machen. Aber selbst wenn nicht, es macht einfach wirklich Spaß. Es macht so viel Spaß. Oh. Ja, und das Springer, das muss ich erst, da muss ich mich erst wieder dran drüber machen. Die springt einfach viel zu weit. Die, wie ein Flummi. So, da war irgendwo ein Händler. Glaube ich. So, Seele. Ich will nur aufpassen, dass uns jetzt keiner in den Rücken fällt. Das wäre unangenehm. Oh, Kamera! Machen wir nicht fertig. Ich glaube, ich habe diesen Sprung noch nie geschafft. Ich versuche es jetzt noch ein, zweimal. Wenn ich es nicht schaffe, gehen wir weiter. Vielleicht mit noch mehr Anlauf. Hallo! Jo, das ist halt Dark Souls. Lauf, 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 lauf. Nup, ich schaffe ihn nicht. Dabei, wir haben nichts mehr an. Eventuell Beweglichkeit oder so noch, noch leveln. Ich komme nicht drüber. No way. So, wollen wir unsere Seelen holen, die da unten jetzt irgendwo rumgammeln? Da sind sie. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wo uns der Weg hinführt. So. Keinen Hinterhalt mehr. Ja, wir sind ja doch ziemlich, Achtung, vor dir, links. Was ist links? Nichts ist links. Tja. Oh, das sind Schießpulverfälzer. Und ich glaube, irgendwer hat er da auf uns geworfen. Nach uns geworfen. Und wenn das mit Brandbomben getroffen wird, gibt das eine richtig fette, nette Explosion. Ich sehe euch. So, wir holen uns mal den erhöhten... Ah, wie die Kamera einfach weg springt und ich... Au! So triffst du mich, du, da oben. Du Lurch. Puh, ja, das kann... Also, ich glaube, das wird schwieriger, als ich dachte. Ich muss mich echt tatsächlich massiv an die Steuerung gewöhnen. Das ist doch ein Unterschied zum Zweierteil und zum Dreierteil vor allem. Abfall. Nice. Hat sich ausgezahlt. Kann ich mich da noch irgendwo fallen lassen? Ja, und das ist nämlich das Geile. Da unten, das ist auch schon wieder ein Abschnitt, der uns in ein richtig spannendes Gebiet führen wird. Das einfach alles zusammenhängt. Da hätten wir noch was zum Looten. Also, ich glaube, allein in dem Gebiet könnten wir zehn Folgen... Naja, ich will es nicht verschreien, werden wir wahrscheinlich, wenn ich so oft sterben werde. Aber da unten werden wir auch noch rumlaufen. Also, im Prinzip, alles, was man hier sieht, ist auch tatsächlich erreichbar. Und das machte Dark Souls 1 so unglaublich genial. Aber wir müssen uns dann da fallen lassen, dann hätten wir die Runde erledigt. Ich glaube, dann haben wir auch alles, was es da zu looten gibt. Menschlichkeit. Wollen wir menschlich sein? Ich weiß es nicht. Äh, Aushöhlung umkehren. Dazu müssen wir ja... Ja, okay, da müssen wir ein Bonn feiern und so. Wir, wir, wir heben uns das auf. Wir heben uns das auf und schnetzeln uns da mal weiter durch. Ich kann Schritte hören, aber ich kann sie nicht sehen. So. Hängt da noch wer... Wie kann man denn da hoch? Wir müssen einfach mal vier Gegner hinstellen. Tja. Der war aber wohl etwas überäfrig. Hüllen Kriegerhelm. Äh, wir, wir, wir laufen einfach ohne Helm weiter. Macht die Sache spannender. Ich glaube, da hinten war noch ein... So. Insgemächt. Au. Ich dachte, ich bin safe da hinten. Na gut. Ich glaube, da oben war ein Bonfire. Ein bisschen ein besseres Schild. Kann nicht schaden. So, wir müssen den da oben mal wegbekommen, da. Den verdammten Ambos schützen. Weil ich glaube, wenn uns der direkt trifft, das tut richtig weh. Da ist der Sponfire. Dann würde ich mal fast sagen, 58... Ja, 58 Minuten bei mir. Ich habe jetzt drei Folgen aufgenommen. Wir machen an der Stelle den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.